Haben Sie große, schwere Materialien, die Sie ansprechen, präsentieren, aber auch komfortabel transportieren wollen, dann empfiehlt sich diese große, geschlossene Ordnerbox. In diesem Fall mit einem Druckknopfverschluss. Dieser ist besonders bei schweren Inhalten sinnvoll. Einkaschierte Magnetverschlüsse würden durch die Scherwirkung permanent aufgehen. So empfiehlt es sich auch, die Seitenklappen mit Klettverschlüssen zu versehen. Die innere Mechanik bietet viel Platz für gelochte Inhalte. Und durch die große Füllhöhe haben Sie die Möglichkeit, jede Menge Zusatzmaterial zu verstauen. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Ordnerbox durch sämtlich aufgeschweißte Taschen, wie zum Beispiel diese CD-Tasche, zu erweitern. Der Griff bietet puren Tragekomfort. Achso, benötigen Sie diese Art des Artikels etwas kleiner, dann wählen Sie Artikel 38. 3 3 4 6 6 1 6 1 1